Ich hab mal eine Clue Price getroffen. Die müssen ja noch unterwegs sein. Okay, die werden wir zerstört. Ich weiß nicht, aber es ist wirklich cool. Ich bin Daniel. Was ist dein Name? Hi Daniel, ich bin Cassidy. Ich bin dein Superheroes Outfit. Ich bin ein secretes Mission mit meinem Freund. Es ist sehr gefährlich. Ich kann das. Ich hoffe, du hast dein Mission accomplished. Und was ist dein Name? Oh. Sean. Ich... Ich dachte, ich habe gesagt. Nein, du hast. Entschuldigung. Du hast ein bisschen mit den Leuten gemacht. Wie viel hast du? Du bereit? Hallo, Pups. Oh. Ist das dein Hund? So cool. Ja, er hat viel durch. Wie viele von uns. So haben wir ihn adoptiert. Und er schmerzt. Ja, du schmerzt und du magst es, oder? Nein, er ist nicht der Einzelne. Hast du checkt dein Haar? Ich denke, er hat nur geflogen. Du solltest deine Distanz halten, Mann. Was soll dir das antworten? Ähm. Und was soll es? Er sieht ziemlich cool. Ich denke. Siehst du? Er weiß, ich bin clean. Du bist der schmerzige. Ja. Du gehst immer für die Suburbaner. Sind Sie schuldig? Sie ist doch drauf. Hey. No worries. Come on. Let's bail. It was nice meeting you, Sean. And Daniel. Stay out of trouble, kids. Hope we see you on the rails someday. Yeah. Ich hab so das Gefühl, die werden wir noch mal sehen. I miss Mushroom. I miss her too. Hey, excuse me. Dogs have to be on a leash around here. Too many Strays. Sorry, dude. We don't do leashes. Well, the city does. An unleashed dog is liable to a fine, so... Uh, you're gonna fine our dog? Well, that's not very nice. Loitering is illegal too. And you don't live here, right? Right? Calm down, sweetie. We're allowed to visit the Christmas market. Our dog's not gonna eat you. Look at him. You better watch your mouth. You punks are always causing trouble. This is a nice town, okay? Doing the troubles. Someone needs to get laid. He's out of pills. That's it. I'm calling the cops. Oh, God. He's gonna call the cops on us, Finn. Chill out. We're leaving this shithole anyway. You guys don't even have a Santa for Christ sake. Merry Christmas. Fucking parasites. Why did they fight? I don't know why he yelled like that. We should kick his ass, Sean. We should do it. We should do it all. You don't have to get involved. This guy doesn't look like us. We should do it all. We should do it all. so lange es möglich ist irgendwie noch hier den Frieden bewahren dass wir hier noch nicht aufgeflogen sind das ist echt schon ein Wunder so wo ist jetzt der der Vater hier ein wahres Weihnachtswunder dass wir hier nicht aufgeflogen sind aber wirklich dass wenn das mal kein Wunder ist keiner hat sie gesehen keiner hat die Pülze anarmiert unglaublich und das meine ich so unglaublich es ist nicht zu glauben das ist also nicht im Sinne dass es schön ist unglaublich unglaublich es ist nicht zu glauben im wahrsten Sinne des Wortes ich glaube es nicht können wir ein Wort mit ihm reden weh es sieht Daniel von der neue Brücke heh no kidding he dumped me like a rock I'm glad you two came along it's great that Chris found a new friend out here looks like you did too what's her name who come on don't play me that cutie you were talking to by the market auhohoh yeah that Sie war cool. Ich habe Käpt'n Spurt gespielt. Na ja, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, versucht es, stimmt. Dann gibt es sein bestes Sommer. Na ja, es gelingt ihm, Semi. Na ja, sie haben gestorben. Sie sind wirklich interessiert von Chris. Aber ich glaube, sie bekommen die falsche Idee, manchmal. Claire empfiehlt sich an die Social-Services. Das ist wahr. Wir sind nicht unsere usualen, sehr glücklich, suburban-Familie-Modell. Aber ich weiß, dass alles nicht immer gut für die Reynolds. Ich denke, er gibt es sein bestes. Das tut es wirklich, äh, das tut es wirklich. Ich meine, er hat jetzt seinem Sohn einen Weihnachtsbaum besorgt. See you later, Superwolf. Und wir wissen auch von dem Weihnachtsgeschenk. Das haben wir einen Käpt'n Spurt. Entdeckt, heimlich. Hallo? Hallo? Er versucht es. Manchmal schafft er es nicht, aber... Claire? Steven? Im Grunde ist er ein Guter. Aber ich habe noch nicht zurückgekommen. Also, ich habe noch nicht mehr geblieben. sie werden nicht auf uns schreiten, weil wir rauskommen. Das war so cool, zu Hause mit Chris auf dem Markt. Also? Du hast ihn mit ihm gesagt, was er gesagt? Ja, ja. Ich habe das. Did you know Chris' mom was an artist? I didn't. How so? She drew comics. You should see our drawings. They're so cool. Just like yours. Thanks, dude. Hey. Uh. What? What is it? Sean? I want to go check on the room. Upstairs. I know it's mom's. Please. Daniel, you heard Claire. They will freak out if they know we want inside. We won't tell them. We'll be in total stealth mode. They won't know anything if we make it quick. It's just. But yeah, I will also know what's inside. What kind of stuff she had. Chris has tons of things that belong to his mom. And I have nothing. Er hat schon recht. You don't even have to come with me. If you don't want to. I'll come with you. So you don't make a mess that can get us caught. Wie lange kann das hier noch gut gehen? Bisher ist echt viel zu gelaufen. Der Nachbar hat uns nicht verpetzt. 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 Was fucking, fucking, fucking dumm war. Ich kann das mit einem Schraub. Aber wir wollen die Kiechen finden. Okay, eine Kiechen finden. Ich versuche es einfach kurz zu schnauern. Oh, es ist bestimmt hier drin. Ja, gut. Ja, Profitanzina entwickelt uns zu Muffin, ich weiß. Ich habe noch ein Heiratsfoto von den beiden. Schmerzen Objekte. Ein bisschen wie Clare. Scheiße. Das sind Weihnachtsmusbrästchen? Lass uns nicht sagen, wie du siehst. Was? Trommend. Trommend. Ich habe den amerikanischen Thron, das goldene Zeitalter der Einzigartigkeit. Aha. Die Nacht ist da drüben. Wir müssen uns mal beeilen. Wir müssen das gleich kommen und uns entdecken. Oh, Schlüsse. Wir haben Schlüsse. Nein. Bestimmt hier. Oh, klar. Das ist gross oder süß. Aber trotzdem. Das Feld offen war. Oh, klar. Das Feld offen war. Oh, klar. Oh, klar. Oh, klar. Oh, klar. Oh, klar. Oh, klar. Und auch nicht. Ich dachte unten in der Wäsche. Oder vielleicht. Wenn ich die Wäsche durchsuchen. Gebe es da eine Chance. Gebe es da eine Chance. Das gibt keine. Die ganze Haus. Die zerbrochenes Schloss. Wirklich? 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 Ich weiß nicht. Wirklich? 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 Ja und du ein bisschen verstehst auch Abspielen werden wir jetzt nichts Das wäre zu blöd Aber hier bin ich, Karin liebte Bilder von Menschen, wenn wir durch die Straße gehen Ich liebe meinen Skateboarden und zu den Parken mit Laila Diese Playliste ist abhängig als hell Ich habe viele von diesen in der 10th grade Ich bin so nett. Ich bin so nett. Du bist ein Freund meiner Mutter? Ich hoffe, sie hat gut gehalten. Ich hoffe, sie hat gut gehalten. Ich bin so nett. Ich bin so nett. Ich bin so nett, die Kärin schon zu suchen. Ja. Glaublich. Das ist so nett. Das Penpal hat sicher liebte, zu hören zu sein. Liebe Kärin, vielen, vielen Dank für deinen Brief. Ich dachte, du hast deinen Brieffreund vergessen. Es ist so blöd, hier draußen und deine Briefe sind das Beste überhaupt. Du hast gesagt, du bist manchmal auch sehr einsam in Beaver Creek. Und ich bin so froh, dass wir uns gefunden haben. Es ist so nicht lustig, dass ich diese Großfamilie habe. Und so neidisch bin, dass du ein Einzelkind bist. Du hast das ganze Haus für dich wie eine Königin. Ich habe dir schon gesagt, dass mein dämlicher Bruder Keaton so ein unreifer Junge ist. Obwohl er der Älteste von uns ist. Er hält sich jetzt für cool, weil er einen Führerschein hat. Was auch immer. Er warte nur, bis ich fahren kann. Und wir uns besuchen können. Wann immer wir wollen. Ich höre Papa wegen irgendwas schreien. Ich mache mich lieber von Agra, bevor er mich erreicht. Bitte schreib mir bald. Und ich schreibe zurück, sobald du es tust. Deine liebste Brieffreundin Emma. Ja. Du bist doch schon... Ja. Du hast endlich verlassen. Der grüne Chor von Karen Reynolds. Ich höre den grünen Chor, der im Wald singt im Mordengrau. Wickelt mich in seinen Hülsternzauber sein Lied. Die Wuzeln wie Sicherungen, die rückwärts explodieren. Wenn ich mich in meinem Herzen verberge und dieses Geräusch höre, dann fühle ich mich älter als der Wald. Älter als du, aber jünger als der weinende Fluss zu meinen Füßen. Wenn ich ins Erzreich rutsche, werden die Stimmen gedämpft, wie mein Gesicht im Kissen, damit niemand weiß, dass ich hier bin. Ich könnte mich durch die Würmlicher schleichen. Doch das würde nur nach unten führen. Also fühle ich mich selbst über die Baumspitzen über den Fluss. Schwimmend. Schwindend für immer. Absolut keine Rennform. Aber wahrscheinlich... warte mal. Das ist die deutsche Übersetzung. Wahrscheinlich schlecht übersetzt. Ja. Du hast endlich verlassen. Für immer. Schwimmend. Schwimmend. Ja. Es ist auch auf Englisch nicht so gut. Ich liebe es so viel. Ist das ein Amethyst? Sie war nicht ein Neu-Age-Bullshit. Aber es ist ein Schümschuhsteiner. Ich muss nicht im Moment... Fede veurets sind ziemlich speziell. Wie könnte sie alles in der Abenteuerung senden? Sie sahen glücklich. Die Wuren schon ihren Runde haben. Oha. Dann müssen wir es lesen. Daniel. Ich hab die Nachrichten. Schöne die Nachrichten. Wie soll es das? Ich habe die Nachrichten von Seattle. Bitte helfen meine Kinder, wenn sie mit dir kommen. Was? Warum haben sie das von uns gebrannt? Ich weiß nicht. Du kannst mich zu öffnen... Es ist eine... P.O. Box, die ich manchmal benutze. Was ist eine P.O. Box? Ich wollte gerade den Schluckfassen nicht nur noch mal ausspucken. Das müssen wir uns merken. Das müssen wir uns merken. Wir müssen... Aber ich denke... Ich denke trotzdem fürs Erste ist es eine Idee. Wir müssen uns behalten und... Ach du Scheiße. Ah, du-du-du-du-du-du-du. Claire, bitte. Calm down. Nein, Steven. Sie sind hier völlig ausgeliebten. Wir haben uns vor allem gesagt, dass wir uns aus dieser Runde zu bleiben. Ich habe das Recht... ...de sehen meine Runde zu meiner Runde. Das ist nicht ihr Runde. Hier ist nichts zu sehen. Es ist Zeit, wir lernen, um ein paar Regeln zu retten. Actually, we did find something Yeah! We found a new letter for my mom She said she wants to see us but you didn't even tell us She's not my daughter anymore or your mother She burned all those bridges One letter has never changed what she did to me All of us She is not welcome back Es ist acht Jahre alt. Vielleicht ist es Zeit, um weiter zu gehen. Keine Angst, Sean. Du wirst nichts wissen, wie ich fühle. Ich kann das nicht bemerken. Ich weiß nicht, Sean. Ich weiß, dass Leben auf dich auf den letzten Monat war. Bless deine Säulen. Und wir haben viele Dinge gemacht. Aber das, zu brechen unsere Tür, um in die Halle zu spüren, das zeigt, dass du uns nicht bemerkst. Dann reagierst du, wie ich der schlechte Typ. Nach dem, was wir für dich haben. Ich wusste, dass etwas wie das passieren könnte. Vielleicht, dass du hier zwei bleiben, nicht so eine gute Idee. Mann! Ich denke, ich sehe, warum meine Mutter jetzt verlassen hat. Sie können nicht mehr mit deinen schrecklichen Regeln. Oh, also das ist das, was du denkst? Dann lass ich dir etwas erzählen. Huh? Steven! Nein! Nicht so. Oh, verdammt! Der verdammte Schrank. Steven! Hör auf, Honey! Wir werden es wegziehen! Nein! Stopp! Meine Läge! Daniel! Jetzt! Du was? Was ist passiert? Was ist passiert? Oh, Herr, was? Was machst du, Daniel? Danach werden wir fliegen müssen. Sie wird uns nicht mehr in dem Haus haben wollen. Aber hundertfünfzig prozentig. Was? Oh, mein Baby! Steven, bist du okay? Nein, ich bin. Dank an Daniel. Du bist richtig, Claire. Du bist richtig, Claire. Ich sollte das vor kurzem fixiert haben. Ich denke, meine Läzigkeit wird mich irgendwann mal. Ich wollte damit nichts zu tun. Ich wollte damit nichts zu tun. Warum bist du, Daniel? Claire. Hör auf. Sie schrauben mich, Claire. Das ist alles, was wichtig ist. Vielleicht... Es war ein Miracle. Oh, danke, Herr. Nein. Ach, du heilige Scheiße. Nein. Das war so klar. Irgendjemand in der Stadt hat die gerufen. Als ob. Das war das. Und wir haben die gerufen, als ob. Das war nie durch. Nein. 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 Wenn die Polizei das Haus suchen, dann wird das die zwei von euch ein Mitglied. Geh deine Beine und geh aus der Rückseite. Ich werde ihn abstrahieren. Wirklich? Ja. Nein. Geh weg von hier. Ich weiß, dass du hier bist. Dein Auto ist in der Strecke. Ich bin so entschuldig. Ich habe alles. Ich wünsche mir, dass ich dir mehr helfen hätte. Ich wünsche mir, dass ich dir mehr helfen hätte. Du könntest hier mit uns bleiben. Schau auf deinen Bruder, Sean. Ja. Sei vorsichtig. Wir sehen uns so schnell wie wir können, okay? Danke, dass wir uns helfen. Jetzt schreie. Wir lieben dich. Jetzt schreie. Nimm die Rucksack mit. Hol den Rucksack. Hol den Rucksack. Schnell. Verdammt. Für einen Moment war die Welt in Ordnung. Wir hatten sogar Weihnachtsgeränke für dir. Oh shit. Ein warmes Zuhause-Essen. Hier. Saubere Kleidung. Ein Freund. Nachbarschaft. Wie ich schon gesagt habe, es war zu schön. Nein. 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 Chris. Nein. Er hat ihm nicht die Wahrheit gesagt. Er hat ihm nicht die Wahrheit gesagt. Er hat ihm nicht die Wahrheit gesagt. Gott. Lahpa. loh2-Law 3-Law 2-Law 4-Law 2-Law 5-Law 6. Vielen Dank.